Wir hatten wieder ein gutes Quartal. Es scheinen sehr viele Leute niesen zu müssen. Jerry, ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Es darf diesen Raum nicht verlassen. An Nummer eins der Verwendungszwecke für unser Produkt steht Sperma. Was? Ja, und jetzt halten Sie sich fest. An Nummer zwei stehen Frauen, die unsinnigerweise weinen. Aber ich dachte, niesen wäre... Jerry, Jerry, es ist Sperma und Unsinn.